Herzlich Willkommen bei Feuerwehr Willi, das bin ich. Ich habe eine Gruppe 2 geteilt. Was macht ihr mit euren besten, mit eurem besten Freundinnen? Das war die erste Gruppe. Gruppe 2, sollte man was dazu schreiben, was die für ein negativer Misch der Feuerwehr kämpfen. Das war ganz interessant. Das erste war, sie treffen sich. Sie gehen zusammen mit in den Disco, Playstation zocken. Dann natürlich haben wir zusammen Partys gemacht. Und dann war das gelacht, wir saufen, wir tanzen und so weiter. Also wer das Wort saufen nicht kennt, alkoholische Getränke genießen und so weiter. So, dann den Hobbys nachgehen. Gemeinsame Hobbys, auch sehr spannendes Thema. Autos rumbastellen, Fahrrad, Sport, Fußball, Laufen, was weiß ich. Dann bin ich zur anderen Gruppe hin. Negativ-Image der Feuerwehr. Und das war interessant, weil das Blatt sah nach 10 Minuten so aus. Die hatten jetzt keinen weißen Stift. Die hatten einfach keine Antwort. Negativ-Image der Feuerwehr. Und das waren jetzt auch Leute dabei, die keine Feuerwehr sind. Ganz wichtig. Und da musste ich wirklich dazu mir ein bisschen stehen. Da habe ich gesagt, nein, wir kommen nur raus. Tut mir auch nicht weh, dann haut mal raus. Das ist ein negativ-Image. Und einer von der Gruppe sagt dann, naja, gut, was man ist halt mit diesem, ich schalte mich extra groß dran. Sau. Ich musste ja mal ein bisschen dazu hinladen. Ich war überrascht, dass die Antwort nicht kam. Hätte ich viel mehr erwartet, aber sieht man unterschiedliche Bereiche. Und manchmal ist das gar nicht der Fall. Und in anderen Orten ist das schon mal ein Thema. So. Und um diese Antwort hatte ich, damit hatte ich mich festgerechnet. Und jetzt kommt genau das, was Feuerwehr will, die ich euch jetzt zeigen will. Mir ist nicht eine Sache aufgefallen. Dass das Wort auch vorkam. Und das wurde ganz häufig mit Lachen und guter Laune beantwortet. Genau das Gleiche. So. Jetzt muss man einen Moment verarbeiten. Was will André damit sagen? Und zwar, was ich mit euren besten Freunden mache, ist nämlich auch, dass ihr euch mal trefft. Im Garten, draußen, abends, beim Kerzenlicht, mal ein Glas Wein trinken, ein Bier trinken, ein Eizert trinken. Alkoholfreiß Weizen sieht aus wie Alkohol. Dann fällt auch in das auf dem Wissler war eigentlich gar nicht. So. Und das ist auch das, was mir bei der Feuerwehr gesehen wird. Was will ich euch damit sagen? Bei der Feuerwehr sind wir nämlich alles gute Freunde, beste Freunde, Kameraden, die nach dem Dienst gemeinsam sich mögen und zusammen sitzen bleiben. Das heißt, die sitzen nach dem Dienst und trinken vielleicht mal ein Bier. Und das hat nichts damit zu tun, dass das die Feuerwehr ist. Nein, das hat damit zu tun, dass das beste Freunde sind. Das will ich hier nämlich mal ganz klar machen. Es geht ja nicht darum, dass das ein negativ an die Sache ist, der Feuerwehr. Genau das zeigt es nämlich, wir sind beste Freunde, Kameraden und wir mögen uns. Und deshalb sitzen wir noch zusammen, nachdem der Dienst beendet ist und die Zeit nicht mehr weiter zählt, sitzen wir noch zusammen und reden über private Dinge, sind befreundet, verabreden uns noch. Nach dem Saufen bei der Feuerwehr, gehen wir mal irgendwo Playstation spielen oder sowas, keine Ahnung. Nur, das ist vielen nicht bewusst. Wir denken, das ist ein Inhalt der Feuerwehr. Nein, das ist ein Inhalt der Freundschaft der Leute, die bei der Feuerwehr sind. Die hatten vorher schon recht, eigentlich gibt es gar nichts negatives. Wenn ich es alle gucke. Natürlich muss ich dazu sagen, in manchen Feuerwehr, das muss man einfach wissen, gibt es nicht diese Möglichkeiten, bei uns ganz, eigentlich liefst ja gar keine Umkleidekabine. Das heißt, die meisten Leute haben früher die Sachen gar nicht hier hängen gehabt, sondern zu Hause in der Garage. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Das war früher so, jedenfalls, dass die Leute auch nach den Dienst in der Einsatzkleidung gelaufen sind, das war etwas ungünstig und dann teilweise dann mit dem Bier nach Feierabend in der Orangenjacke noch gesehen wurden, das hat ein steckiges Bild geworfen. Das liegt aber nicht daran, dass sie im Dienst sind, nein, sondern dass sie sich im Feuerhaus nicht umziehen konnten, Platzmangel, gar keine Umkleidekabine, gar keine Spindel und mit dieser Kleidung nach Hause fahren sie sich dort, das sie umgezogen hat. Nur, das Kameradschaftliche, das Freundschaftliche, was sie sonst auch noch mit ihren Freunden am Gartenzaun usw., fand trotzdem statt. Nur, dass er es versteht, es ist nicht anzugrottieren und... ... ... ... ... So